Ist hier irgendeine Präsenz anwesend, wenn man mit uns kommunizieren möchte? Gido fühlt sich gestört. Hallo erstmal, ich bin der Guido. Und wen habe ich da? Magst du mir deinen Namen verraten? Fremde, wieso Fremde? Bin ich hier fremd? Hier ist aber kein Lebel. Einfach. Einfach. Gebunden. Gebunden. Nebel, einfach gebunden. Du bist gebunden. An was bist du gebunden? Du bist gebunden. Du bist gebunden. Du bist gebunden. Du bist gebunden. Erdgeschlag Erdgeschlag So hast du vielleicht meinen Erdgeschlag Was hilft dir? Magst du mir verraten wie es dann heißt? Dann Okay. Präsenz. Sind hier noch andere Präsenzen anwesend? Und da gibt es auch etwas, was du mir sagen möchtest. Was wichtig ist hier. Was wichtig ist. Ich weiß nicht, ob wir es wissen können. Ich weiß nicht, ob wir wissen können. Bis zum nächsten Mal.